Die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten, 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Geht das auch für das Regierungsverfahren? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Die Luftwaffe Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht. Seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepuff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel Trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen werden. Himmler hat in Lübeck den Nestmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler! Unter ein ausgerechnet Himmler! Getreust in der Treue! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Goring, ja! Der war korrupt! Immer schon! Speer, ja! Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler! All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist der Welt wahnsinnig geworden! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte! Lassen Sie mich mit Ritter von Grein und Fräulein Retscherlein! Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort sein Bericht!